Sehen wir heute Nacht den Daily bzw. sogar Weekly Candle Close über den 40.000 US-Dollar, was das Ganze für den Kurs bedeutet. Dieses bullische Szenario wird sich Liam gleich gemeinsam mit euch in den Charts anschauen. Unter anderem sehen wir auch aktuell noch ein sehr interessantes Pattern auf dem Hourly-Timeframe. Dazu noch einige sehr interessante On-Chain-Daten, dem Bitcoin-Supply betreffend. Dafür auf jeden Fall mal dranbleiben, das schaut sich gleich Liam mit euch gemeinsam an. Wenn euch das Video ganz am Ende gefallen hat, gerne mal dem Ganzen einen Daumen nach oben dalassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir starten jetzt einmal direkt rein ins Video. Okay Leute, dann starten wir auch direkt mal mit der ersten On-Chain-Date rein. Und zwar haben wir dort nochmal eine recht allgemeine Bitcoin-On-Chain-Date, die natürlich auch für die gesamten anderen Kryptos relevant ist, aber eher so ein bisschen das Marktsentiment widerspiegelt. Und zwar, ich hoffe man kann es recht gut erkennen, die Qualität ist nicht so gut, haben wir hier die Bitcoin, die in letzter Zeit gemoved wurden. Und das kann man hier oben erkennen, in verschiedenen Farben haben wir erstmal 3-6 Monate, 1-3 Monate und so weiter und so fort. Also quasi 3-6 Monate ist hier der größte Timeframe, der hier angezeigt ist. Und man erkennt, dass wir hier mit 3-6 Monaten quasi unter 20% sind. Das bedeutet, unter 20% der Bitcoin wurden in den letzten 3-6 Monaten überhaupt bewegt. Was im Umkehrschluss natürlich auch heißt, dass über 80% der Bitcoin in den letzten 3-6 Monaten nicht bewegt wurden. Und das ist natürlich auch nochmal eine, ja ich sag jetzt mal eine On-Chain-Date, eine Statistik, die unser Marktsentiment momentan sehr gut unterstützt. Denn ich denke, viele Leute gehen momentan davon aus, hm ja, wie sieht es aus, gehen wir jetzt direkt in den Bullenmarkt über, haben wir nochmal einen Abverkauf. Ich muss mich aber auf jeden Fall für beide Fälle absichern, deshalb sollte ich definitiv schon mal Bitcoin haben, was ich halten kann, falls wir jetzt nicht mehr runtergehen. Das bedeutet, falls wir keine Möglichkeit mehr haben, nochmal nachzukaufen. Und in diesem Sinne könnte ich mir eben sehr gut vorstellen, dass deshalb diese Statistik so, ich sag jetzt mal, niedrig ist. Also wir so wenige Bitcoin haben, die in den letzten 3-6 Monaten bewegt wurden, weil einfach viele Leute ihre Holdings, sag ich jetzt mal, ablegen für einen Zeitraum, der jetzt wahrscheinlich über das Jahr 2024 noch hinausragt. Dementsprechend wollen wir nochmal auf eine weitere On-Chain-Date zukommen, die ebenfalls unser Marktsentiment ein bisschen beschreibt. Und zwar haben wir gestern gesehen, dass wir das erste Mal seit zwei Wochen hier das stärkste bearische Marktsentiment hatten und das durch Derivate gepusht wurde, beziehungsweise gedrückt wurde. Und wir hatten hier, wie gesagt, dieses extreme bearische Sentiment und es ist nichts passiert. Wir hatten nur eine Seitwärtsbewegung, das heißt man hätte theoretisch erwarten können, dass dieser Pump, den wir gestern gesehen haben, noch früher hätte kommen können. Aber trotzdessen ist er gekommen, wir befinden uns jetzt bei fast 40.000 US-Dollar zwischenzeitlich, 39.600 sieht man hier oben ganz klein, schauen wir uns aber gleich nochmal an. Und in diesem Sinne kann man auch erkennen, dass wir momentan einfach extrem viele Indikatoren und On-Chain-Daten haben, die zeigen, dass wir momentan immer mal die Versuche haben, einen Abverkauf zu sehen oder ein bearisches Marktsentiment sehen oder bearische Anzeichen einfach sehen. Diese jedoch gar nicht zählen und wir höchstens eine Seitwärtsbewegung sehen, vielleicht sogar noch weiter pumpen. Bis jetzt war es der Fall, dass wir immer ein Stückchen weiter gepumpt sind, mehr oder weniger, seit wir bei 26.000 US-Dollar sind. Deshalb wird meiner Meinung nach auch immer, also eine Korrektur immer möglicher oder immer wahrscheinlicher, dass wir eine sehen, gerade weil wir jetzt eben nicht abverkauft wurden seit den 26.000 US-Dollar. Und deshalb sollte man zunehmend aufpassen, vor allem mit Overleveraged Long Positionen. Also ich würde jetzt gar nichts eröffnen, was einen hohen Hebel hat, wenn schon einen kleinen Hebel oder die Long Position nochmal vergrößern. Aber auch jetzt, wir befinden uns momentan einfach bei extremen Höhen. Ich würde vielleicht jetzt erstmal minimale Profite in irgendwelchen Swing Long Positionen nehmen. Habe ich auch schon ein bisschen bei mir gemacht, 10% Profite habe ich genommen, um halt einfach, falls wir jetzt nochmal abverkauft werden, ein bisschen was mitzunehmen und unten nachkaufen zu können. Jetzt wollen wir nochmal zur letzten On-Chain-Date rüber gehen und zwar haben wir dort einfach nochmal eine Cycle Theory. Das haben wir in letzter Zeit auch öfter gesehen. Das bedeutet einfach, man schaut sich an, was in den vergangenen Cycles passiert ist und setzt das quasi in den Contings des bisherigen Cycles oder des bisherigen Movements. Und in den jetzigen Cycles mit Halving und allem und dort kann man erkennen, hier sind jetzt beispielsweise in grün der Cycle von 2018 bis 2022 und in blau der Cycle 15 bis 18 übereinander gelegt. Und dort kann man recht gut erkennen, würde das All-Time-High ziemlich genau oder ich sage es mal ungefähr im Oktober 2025 stattfinden. Und das ist ja noch echt weit hin, das sind fast noch zwei Jahre hin. Wie man hier unten auch erkennen kann, befinden wir uns jetzt momentan hier. Und dementsprechend kann man hier eben erkennen, dass wir jetzt noch bis zu 700 Tage bullisches Momentum vor uns hätten mit dem Bitcoin-Kurs. Weil man kann hier erkennen, das hier ist mehr oder weniger das Low, was wir sehen. Natürlich kann es hier nochmal kleine Abverkäufe geben, aber wenn man sich das jetzt mal hier, ich sage jetzt mal in so einen Kasten setzt, ist das hier das Low. Und danach geht es eigentlich nur aufwärts. Und dementsprechend kann man hier erwarten, dass wir jetzt eben 700 Tage in Folge mehr oder weniger bullisches Momentum sehen. Das bedeutet, wir werden schöne Kurse sehen, wir werden aufsteigende Preise sehen, wir werden viel Movement sehen, wir werden hohe Volatilität sehen. Und das ist natürlich sehr schön für alle Leute, die traden und für alle Leute, die allgemein Bitcoin halten. Und in diesem Sinne, Leute, wollen wir auch nochmal vorgehen zur Chartanalyse und mit dem Weekly-Chart beginnen. Denn wir werden ja jetzt heute den Weekly-Close sehen und dieser ist, wie ich Anfang der Woche auch schon gesagt habe, sehr schön ausgefallen. Wir sind jetzt zwischenzeitlich über die Woche immer ein bisschen mehr gepumpt von insgesamt, wir waren, glaube ich, noch unter 38.000, ja so 37.500, 37.900 sind wir die ganze Zeit rumgedümpelt. Und dann haben wir in zwei bis drei Tagen hier diese Moves gemacht nach oben und befinden uns jetzt fast auf 40.000 US-Dollar. Und das ist natürlich schon extrem positiv für den Bitcoin-Kurs, zumal wir dann hier eben einen sehr, sehr schönen Weekly-Close heute sehen werden. Und das ist natürlich auch der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. grüne Weekly-Close in Folge und das wird natürlich dann schon sehr bullish sein, beziehungsweise sieht das sehr gut aus. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir im Verlauf der nächsten Woche einen Retest von der oberen Trendlinie haben werden, die wir hier noch haben, von der wir jetzt schön weggebounced sind. Und dann aber eventuell in den 40.000 bis 42.000 US-Dollar-Bereich vordringen werden. Das ist natürlich auch sehr schön und dann kommen wir natürlich jetzt auch zunehmend in so einen Bereich, wo wir uns fragen müssen, kann eine Korrektur noch kommen, wird eine Korrektur jetzt noch kommen. Und wann wird diese Korrektur kommen? Und meines Erachtens könnte diese Korrektur kommen, wenn wir jetzt eben hier nicht nach oben hin ausbrechen, ich sage jetzt mal nicht über die 40.000 bis 41.000 US-Dollar drüber kommen und dann einen bearischen Weekly-Close haben, dann ist eine Korrektur schon ziemlich wahrscheinlich. Und jetzt, Leute, wollen wir nochmal vorhin den Day-Chart gehen, denn im Day-Chart können wir einfach nochmal erkennen, dass wir hier dieses Rising Wedge hatten, was ich gestern gezeigt habe oder erwähnt habe und da sind wir jetzt nach oben hin ausgebrochen. Das heißt, wir hatten jetzt gestern und vorgestern sehr schöne Daily Candles und können uns darauf einstellen, hier erstmal drüber zu bleiben. Hoffentlich bleiben wir dann auch, wie gesagt, mit diesem heutigen Daily-Close über diese Trendlinie. Es sieht aber bis jetzt auf jeden Fall gut aus und dann werden wir natürlich einen sehr, sehr schönen Weekly-Close sehen am Ende der Woche. Jetzt müssen wir natürlich einfach nochmal kurz auf den Stunden-Chart, denn dort können wir auch erkennen, hatten wir jetzt dieses Pattern, was ich im gestrigen Video gecallt habe, hier das Symmetrical Triangle. Das ist sehr schön ausgebrochen. Jetzt haben wir hier gerade so ein Bullish-Rectangle, was auch schon ausgebrochen ist mit einem Retest. Das bedeutet, Breakout-Target von diesem Pattern wäre bei ziemlich genau 39.800 US-Dollar. Das bedeutet, sollten wir jetzt hier einen positiven Retest haben und von der Linie wegbouncen, könnte ich mir sogar noch vorstellen, Da wir ja jetzt die letzten zwei Tage extrem schönes Movement gesehen haben, also Freitag und Samstag, obwohl wir am Wochenende sind, könnte es theoretisch sein, dass wir heute nochmal die 40.000 US-Dollar antesten, weil wir einfach momentan extrem gute Marktstimmung haben und das natürlich auch jetzt über das Wochenende drüber schwappt. Was man ebenfalls erkennen kann ist, wir hatten ja hier jetzt so ein bisschen übergeordnet ein größeres Symmetrical Triangle und dieses Symmetrical Triangle hatte ja das Breakout-Target bei ca. 40.000 US-Dollar. Wenn man das jetzt von diesem Zeitpunkt aus nimmt, haben wir das Breakout-Target auch fast gefüllt, jedoch könnten wir es, wie gesagt, perfekt fillen, Wenn wir jetzt hier nach oben hin ausbrechen würden und noch dieses Breakout-Target hier finishen und sollten wir einen Weekly Close über 40.000 US-Dollar haben, wäre das natürlich ein extrem bullisches Zeichen. Und in diesem Sinne, Leute, war es das mit der Chart-Anneus in dem gesamten Video. Ich hoffe, euch hat es vielmehr gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnent im Order und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.